Hallo ihr Lieben, grüßt euch. 24.10.2019. Ich habe gestern von Legitim.ch ein Newsletter bekommen und da war relativ viel drin. Ihr seht es hier ja geschrieben, die Frage oder die Aussage, ob CO2-Reduktion die Kindersterblichkeit fördert. Gut, so, darum geht es im nächsten Film in erster Linie, aber natürlich noch um andere Sachen, aber die haben damit natürlich auch zu tun. Wer es denn schauen mag, kann es sich gerne bei Bitshoot oder VK angucken, die den Link bei Wake News TV aufrufen, entsprechend den Link in die Browserzeile reinkopieren und schauen, dass da keine Leerstelle drin ist, denn nur so kann gewährleistet werden, dass der Link bzw. der Film dann auch geguckt werden kann. Okay, tschüss!